so was haben wir denn hier haben wir mal schön die geschwindigkeit gehalten hier mein lieber scholli haltegenauigkeit zwei meter und 0,3 meter hier in rote erde cool und ziemlich genau perfekt wir werden besser talentierte übernahme muss ich jetzt vorlesen oder was willkommen in düren dies ist ein regio express von köln bis aachen hauptbahnhof mit halt an allen bahnhöfen öffnen sie die türen um mit dem einsteigen zu beginn wo sind wir rechts der bahn steigt alles klar so kommen dann ein mit euch unser bloß wir fahren mal pünktlich los gibt es ja gar nicht ist sie auf lösen gestellt ja so 321 so cool so cool wo wir sind ein bisschen fix unterwegs aber jetzt können wir schub geben müssen wir auch weil wir müssen in fünf minuten in langer wehe seien so in der zwischenzeit haben wir ja nichts zu tun oder so cool alter ist das laut so cool so cool so cool guck mal da sitzt er da sitzt er da ist schon schön gemacht oder was ist hier los da kam gerade ein zuck ich bin zu schnell aber nur ein bisschen mal so jetzt sehr schick sehr sehr schick boah da kommt ein zee oder die fahren wir hoffentlich auch gleich das wäre cool was haben wir denn hier noch so für tasten was haben wir was ist das nix spitzensignale gedimmt da nicht vorne und hinten wieso gedimmt vorerstandsbeleuchtung fahrgastraumbeleuchtung wollen wir es dem mal ein bisschen kuschelig machen tempomat erhöhen verringern inaktiv ok hauptschalter ok pzb ach du schalt instrumenten dimmer alter ok so wann bremse ich denn am besten mal runter wir sind jetzt wir haben noch zwei kilometer beziehungsweise 1,8 bis 80 drauf haben darf ich glaube wir sollten mal schon so langsam so ein bisschen wenigstens oder wir müssen ein bisschen mehr bremsen glaube ich so dann das vorst dieser ein bisschen mehr Wollen wir wieder ein bisschen rollen lassen, glaube ich, sonst werden wir wieder zu langsam. Es war ein bisschen forsch gebremst, vielleicht ein bisschen, ein bisschen forsch. So, wir rollen ein in langer Wehe und wir sind fast pünktlich, man glaubt es kaum. Ich bin wieder viel zu langsam, ich habe wieder zu stark gebremst. Mann! Das wird schon wieder nichts mehr pünktlich abfahren. Gesamte Hacke. So, Türen entriegeln. So, jetzt steigt mal ein bisschen schneller ein, ich muss los. Warum kann ich denn hier das Fenster nicht aufmachen? Ah, hier ist ein Durchsageteil für die Kabine. Warum kann ich denn hier das Fenster nicht aufmachen? Das müsste normalerweise aufgehen. So, haben wir es dann. Wir sind fünf, sechs, sieben Sekunden drüber. Vollgas! Die gibt aber auch Schnellschub, gell? Krass! Okay, jetzt kann ich Vollgas geben. Dann machen wir das auch. Das ist ein Kilometer, wir können noch ein bisschen ausmachen. Schau, guck doch mal, wie schön. Oh, da fährt denn hier alles so mit? Ah, da kann ich genau sehen, Freunde. Sehr, sehr cool gemacht. So, dann müssen wir runter mit dem Gas. Eschweiler Hauptbahnhof. Eschweiler habe ich schon mal gehört. Kollege, ich fährt den Feierabend. Da wächst Gras auf der Strecke. Ja, nun, wie kann denn das sein? So, ich muss gleich wieder den Bremsvorgang einleiten. Damit wir rechtzeitig auf die 60 kmh kommen. Ich könnte mal so langsam anfangen. Ich glaube, ich könnte mal so ein bisschen mehr Gas bremsen. So, da haben wir es doch. Perfekt pünktlich. Noch 100 Meter bis zu 60 kmh. Hinter der nächsten Kurve liegt Eschweiler Hauptbahnhof. Alter, tagsüber diese Glocke abtören. So, ich bin mal mutig. Ich bremse mal später dafür härter. Okay, das war jetzt sehr hart geprepst. Das muss man schon sagen. So, Tür wieder auf. Zack, komm, wir gehen mal gucken, oder? Ach, schön hier. Und ich bin schon wieder eine Minute drüber, Alter. Und jetzt bin ich auch wirklich ordentlich gefahren. Ja, normalerweise sollte ich hier einen Zuchtbekleider drin sitzen, der hier nach den Türen guckt, Mann. Da muss man wieder alles selbst machen. So, und tschüss. Und Vollschub. Jetzt fahren wir nach Stohlberg-Rheinland-Auptbahnhof. Oh, mit Tunnel, wie cool. Oh, ich muss gleich schon wieder runter, wenn ich bin schon gleich wieder da. So, was macht mein Locksbücher da vorne? Alles gut? Ja, sieht bombig aus. Alles klar. Ich bin noch ein bisschen Gas. Ein bisschen noch. Noch einmal Zeit. Wir wissen eh wieder drüber. Das ist so. Ich werde hier angelernt auf der Deutschen Bahn. Und das Erste, was ich lerne, Verspätung. Und das ist so. Das ist eine große llevende Anlage. Und das gem lift. So mal ein bisschen, ganz klein bisschen andremmen. So ein ganz klein bisschen mehr andremmen. So ein ganz klein bisschen noch mehr anbremsen. Jetzt aber gut, das kommt mir wieder nicht an. Wir müssen ja nicht in den Bahnhof reinballern, aber ich will auch nicht so rein. Dein Krücken. So. 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 Türen links auf. So. 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 Mal gucken, ob wir in Hallendorf einigermaßen pünktlich ankommen. Ich glaube ja nicht. Das ist ganz schön straff bemessen hier der Zeitplan. Mein lieber Jolli. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020